In Brüssel haben mehrere Polizisten einen Angreifer in einem Park angeschossen und verletzt. Der Verdächtige habe sie zuvor mit einem Messer angegriffen, sagte die belgische Polizei. Demnach hatten die beiden Beamten zwei schlafende Obdachlose in einem Park zum Gehen aufgefordert. Einer der Männer verletzte daraufhin einen der Polizisten mit einem Messer leicht am Kopf. Ich hörte einen Schuss aus einer Pistole. Dann fielen zwei oder drei weitere Schüsse und es fiel ein Messer auf den Boden. Ein Polizist schrie, lass das Messer fallen und der Mann fiel auf den Boden. Die Tat ereignete sich im Brüsseler Maximilianpark, der sich zu einem Treffpunkt für Flüchtlinge entwickelt hat. Der Angreifer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.